Oh, ein abgewährter Ball, schön gemacht von Roman Weidenfeller und jetzt Alexander Frey, aber der ist alleine. Ein schlechter Ball, er will PNR anspielen, war auch alleine. Und dazu findet Alex Frey, dann kommt die Schnelligkeit. Schön gemacht von Christoph Metzeller, der jetzt vorbeigeht, am 1. nach 2. den Ball reinbringen. Ja! Und da stehen sie, da stehen sie und ich sage nichts mehr, ich sage nichts mehr, die Schalker. Kredisse, Dortmunder Jubel hier, 1-0-0 für Borussia Dortmund, ein super Konter, ein Überkristoff mit Zehner über die rechte Seite und in der Mitte, ja klar, wer sonst, wer soll es auch anders sein, als unser Schweizer, als Alexander Frey, er macht die Bude, 1-0 gegen Schalke, das Tor, was den Schalkern die Meisterschaft so richtig versalzen kann. Super, 1-0 Borussia Dortmund und das hätte man hier gerade mal sehen sollen, wir standen alle, wir haben sie alle gejubelt, da sind die Ersatzspieler aufgesprungen, standen schon mal so, was wir freuen, 0, keine einzige Niederlage und Dortmund führt Pause im Signal in Unterfagen, 1-0 Borussia Dortmund, die wollen natürlich nicht verstanden, jetzt noch ein Weg kommen, bleiben auf den zweiten Post, Ritzka, Nochmal ein Neuer, Hade, Neuer, Hade, Neuer, Hade, Aufgepasst, der Kopfball auf, ist nicht wach gewesen, jetzt ganz ganz schnell, der konnte es nur 2-0-4, Linke, aufhörte Mitglieder gegen seine Gruppe, gegen den E, schöne Ball, Oberhof von Metzelda, Metzelda, jetzt auf links, Metzelda, kommt mit links, Ende eigentlich nicht so gut, mit rechts, Metzelda, zieht ab, aber abgebild, vor und vor und, nochmal Tor, 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 Evis Wallerleck, 2-0 für Borussia Dortmund, ist das denn zu passend, 2-0, 2-0 für Borussia Dortmund, gegen den FC Schalke 04, gegen den kommenden Vizemeister, gegen den kommenden Vizemeister in der Saison, 2-6, 2-7, 2-0 für Borussia Dortmund, und da gibt's nochmal Geld, für das Wallerleck, da gibt's Geld, wegen der Betriebe Torjubels, aber, wirklich, graubgeschissen, möchte ich mal einfach sagen, Entschuldigung, diese gelbe Karte, die wird dem Herzen nicht egal sein, Evis Wallerleck, er macht das 2-0, mit dem Schuss ins lange Eck, unfassbar, unfassbar, was hier abgeht, heute, Insignal, in der Park, 2-0 für den BVB, und jetzt könnt ihr gerne alle gucken, jetzt könnt ihr gerne alle gucken, wir haben sogar beim 2-0, eine direkte Derby-Bund-Leistin, aufgrund des 1-3-Spielen, aufgrund des 1-3-Spielen, aufgrund des 1-3-Spielen, aufgrund des 1-3-Spielen, und auch noch wenige Sachen, wir haben ein Leser-Spielen, Ja, ganz genau, jetzt noch einmal an der Ecke von Marc-André Kuska, die letzten Sekunden im Signal-In-Dunabag-Lauf, Marc-André Kuska lässt sich Zeit. Der wird die Ecke jetzt vor das Tor bringen, und ich denke, dann wir Traber und Fandl das Spiel abweifen, Ball kommt vor das Tor, abgewährter Ball, noch einmal, Dedecki. Das Spiel ist auf, das Spiel ist auf, wo Russi erschlägt, den FC Schalke 0-4, mit 2-0 Toren, Das ist so geil, ich dreh hier durch, Derby-Sieg im 100, was weiß ich, 29. Paris. Das ist so schön, Konstantin, die letzten Worte bitte von mir. Ja, ich sag nur, 49 Jahre und ohne Titel, auf jeden Fall, schönen Samstag, schönes Wochenende, Bis zum nächsten Mal.